Liebe Community, willkommen zurück zu einem neuen GTA Online Video. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass du am Start bist. In diesem Video widmen wir uns heute endlich einem neuen Fahrzeug, welches jetzt mit dem neuen Update freigeschaltet wurde. Also heute kam ein neues Auto für GTA Online. Und es ist ja bei Rockstar Games immer so, die bringen ein Patch raus, in dem Fall das Casino Update, hauen da ganz viele Fahrzeuge rein und manche werden einfach nur zurückgehalten und nach und nach veröffentlicht. Ja, es gibt ja schon Leaks, wie teuer die ganzen Fahrzeuge sein werden, die alle kommen. Insgesamt beinhaltet, glaube ich, dieses Update. Alleine 22 Fahrzeuge habe ich gelesen. Sollte es nicht der Fall sein, korrigiert mich. Aber wir reden natürlich über dieses Fahrzeug hier. Und zwar ist das der Fusor Neo. Fusor gehört zu den Herstellern handgefertigter Fahrzeuge, die gerne unkonventionell denken. Die Blaupausen für den Neo ziehen ihre Inspiration aus der Aerodynamik eines herabstürzenden Falken, der Haltung einer Balletttänzerin, dem Schwung einer vielsagenden, gehobenen Augenbraue und dem Durchsetzungsvermögen einer Splitterbombe. Das ist das Erbgut, das man sich wünscht. Also sieht aus, wie der übelste Aston Martin versteht, oder? Wobei der Kühlergrill hier vorne, hm. Egal, ich habe mir das Auto geholt. 1,8 Millionen GTA-Dollar kostet der Koffer. Und den könnt ihr euch ab sofort, also ab heute, selber in die Garage stellen. Und ihr schreibt gerne mal danach in die Kommentare, was haltet ihr von dem Auto? Sollte man das kaufen oder nicht kaufen? Habt ihr es euch gekauft? Also es ist ja so, bekanntlich, ich hole mir immer alle Autos. Ihr kennt das ja in GTA Online. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall Däubchen hochlasst oder da lasst, weil ich heute Morgen, ich liege so im Bett, bin so am Surfen. Auf einmal kommt so, seid ihr auch so jemand, der, wenn er wach wird, erstmal sein Handy in die Hand nimmt und surft? Ey, ich weiß, was manche von euch machen, ne? Auf jeden Fall, es ist so, na, es ist so, dass, hä, es ist so, dass ich, dass ich dann eine GTA-Fanseite gesehen habe auf Twitter, die schon mal ein neues Auto ist, da ich direkt aus dem Bett gesprungen und das Video aufgenommen. Weil ich freue mich immer mega, euch die Updates vorstellen zu dürfen. Und falls du hier noch kein Abonnent bist, lass gerne die, äh, ein kostenlose Follow da, ein Däubchen wäre toll und aktiviere gerne die Glocke. Ja, das wäre super lieb, dann bekommst du eine Benachrichtigung, sobald ein Video hochgeladen wird. Ja, das sieht auf jeden Fall schon ziemlich fancy aus. Offenes Dach ist am Start, ein Scheinwischer haben wir vorne und, äh, ja, ich habe übrigens noch ganz, ganz kurz letztes Video hierzu gemacht, ja, wie ihr dieses Fahrzeug hier bekommt, dazu müsst ihr euch, äh, einfach mal die Endcard angucken und den Wagen da drüben werden wir auch noch tunen und, ja, sonst haben wir bald alle, ach, wir müssen uns noch ein paar Fahrzeuge kaufen und die tunen, dann haben wir bald alle Autos durch. Durchgezogene Endleuchte, die schlecht, der Specht. Oh, es ist mal wieder, was eine Überraschung, dunkel in Los Santos, wenn ich aufnehme, es ist halt immer so. Hä? Aber keine Sorge, ich habe mein E-Mail-Programm geschossen. Es ist halt übelst es, Martin, oder? Der hat jetzt aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, schon jetzt ohne den, ohne das Tuning, eine unfassbar krasse Performance, die der hier auf die Straße drückt, aber, boah, der rutscht aber richtig schnell weg. Also, Handling, Handling weiß ich nicht. Also, jetzt ziehen wir durch. Aber schöner Sound, was da hinten rausgeschossen kommt. Ja, der geht sehr gut in der Kurve. Boah, man fühlt sich echt so ein bisschen wie so ein Rennwagen hier drin, ne, mit der Dachluke da oben. Oh, der war nice. Ähm, was soll ich sagen? Guck mal, der ist jetzt schon so schnell. Wie ist denn das, wenn du ein Turbo-Tuning da rein haust? Das werden wir gleich testen. Aber, der bricht halt extrem schnell aus, das Fahrzeug, ne? Boah, unnormal krass. Also, der fliegt hier echt in der Kurve weg. Ihr schreibt mir danach gerne wieder in die Kommentare, was wir insgesamt für das Tuning hier für den Fiesta Neo ausgegeben haben. Fiesta! Hatschi! Fiesta! Panzerung, Bremsen, Rennbremsen, hauen wir mal rein. Ich habe gestern übrigens ein Video geladen zur Battlefield 5, äh, zu der neuen Battlefield 5 Map. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen, das ist so krass, wie das aussieht. Ich habe euch das auch in die Endkarte verlinkt, würde mich sehr freuen. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier. Boah, ich weiß nicht, ich finde das hier auch nicht schlecht, sowas Dezentes, aber was ich hier geil finde, sind die Streben hier unten. Ja, nehmen wir mal das hier. Hexstuhlstange. Oh, das sieht schon sexy aus. Ja. Motor. Ah, uuuuh, oi, 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 oi. Was, das geht? V8MK1. Alter, okay, das ist nice. Motoreabstimmung. MS-Verbesserung. Luftfilter. Achso, das haben wir das schon. Auspuff, was haben wir denn da? Alter, das sieht ja immer unnormal aus. Ich finde, warte mal, ich fand eigentlich, das ist irgendwie cool. Oder das? Ne, warte mal, welche waren das? Hier, der breite Auspuff, den finde ich cool. Sprengstoff ist egal, Kühlergrill. Oh, das ist nice, dass man den ändern kann. Weil ich finde, das sieht aus, hier, als ob der Wagen so war. Hallo, ich bin Wendel. Deswegen nehmen wir, ich würde gerne wirklich den hier nehmen. So, Motorhauben haben wir auch am Start. Rally, nee. Einlassmotorhaube, oder? Einlassmotor, ganz dezent. Ah, guck mal, wir können hier so Chromverschlüsse machen, das finde ich auch ganz cool. Solche kleinen Details, Hupe ist egal, Lichter, 10-Einscheinwerfer, Unterbodenbeleuchtung, jetzt gucken wir uns mal die Designs an. Bei dem Auto habe ich absolut keine Ahnung, welche Farbe man dann nehmen soll. Ich weiß es gar nicht. Boah, da bin ich echt übertrieben aufgeschmissen. Nee, das finde ich tatsächlich scheiße. Kaufen. Ah, das ist cool, okay. Seitenverkleidung haben wir auch noch für den Koffer da. Spoiler. Oh, 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 lol, das sieht ja mal unnormal krank aus. Boah, der Spoiler ist... Ey, das sieht aus wie ein Auto aus. Blade Runner inzwischen. Vom Heck auf jeden Fall. Man kann bei dem Auto super viel machen. Die Felgen lasse ich so. Äh, jetzt müssen wir nur noch überlegen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, welche Farbe ich bei dem Auto machen soll. Ausstattungsfarbe? Ah, weiß, Allah. Voll edel. Aber... Schwarz finde ich... Warum fahre ich jetzt raus? Bin ich dumm? Aber ich finde schwarz eigentlich sexy. Aber da es den Aston Martin verschnitt ist, ich glaube, wir sollten den... Sorry, dass ich rausgefahren bin. Ich glaube, ich habe die Farbe... Oh, ich glaube, ich habe die Farbe. Ich glaube, ich habe die Farbe, welche auf das Auto drauf muss. Ihr könnt... Also, ich weiß nicht, welche Farbe ich sonst nehmen soll. Boah, das ist halt... Ich finde das hier. Boah, weiß ist... Ne, das hier ist die Farbe, finde ich. Guck mal, das andere... Ja... Wobei, das hat ein bisschen was von einer Corvette jetzt, ne? Alter, das hat ein bisschen was von einer Corvette. Boah. Warte mal, ich glaube, ich probiere das hier mal. Aber... Wir können kurz was gucken. Ah, lol. Das würde ich gerne schwarz lassen. Ja, ist ein bisschen Corvette-Style. Man kann natürlich jetzt noch die Lichter anpassen, die man zur Arena fährt. Aber ich in den Wagen... Ist okay. Ich glaube aber, die eigentliche Farbe, die das Auto wirklich verdient, da könnt ihr mich gerne in den Kommentaren ergänzen, ist wirklich ein mattgrau. Oder? Oder was sagt ihr? So, jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz einen Check machen, weil wir mit auf dem Freeway brettern, der hier vorne ist. Boah, der geht aber schon... Alter, das ist... Ein unfassbar krasses Auto. Boah, jetzt ziehen wir durch. Kommt langsam aus dem Arsch. Aber... Boah, der ist... extrem schnell. Also, das ist extrem schnell, das Fahrzeug. Aber was ich bei dem Auto sehr bemängeln muss... Huh. Weil... Was ich bei dem Auto sehr bemängeln muss, ist das Handling. Weil, guck mal. Du gehst ganz leicht in die Kurve. Du hast keinen Kontrollverlust, so, weißt du. Weiß ich nicht. Würdet ihr euch das Auto holen? Schreibt es in die Comments. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video zu GTA Online und dem Casino-Update. By the way, wenn ihr bei einem Livestream mal in GTA Online dabei sein wollt, es wird bald einen festen Tag geben, wo wir immer GTA Online mit der Crew spielen werden. Mit Challenges. Ihr habt ja die Präsidenten-Challenge gesehen, glaube ich. Das war alter Hammer. Also, da muss man echt die Community nochmal für loben. Dann folgt mir gerne auf twitch.tv slash heideltraut. Ist unter dem Video verlinkt. Oder Instagram, Twitter oder Facebook. Weil, da bekommt ihr nämlich direkt ein Update, wenn es was Neues gibt. Und ich würde mich freuen, wenn du einen Teil der Livestream-Community wirst. Weil das ist immer, meiner Meinung nach, nochmal ein bisschen cooler, live zu interagieren. Und ihr könnt tatsächlich auch mit uns mitzocken. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video hier in GTA Online. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.